Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dechert, hier ist eine neue Folge und hier sind wieder 10 Minuten Zuversicht für dich. Und bevor wir mit dieser Echtzeit-Folge starten, schon mal ein Hinweis. Die Sendereihe Echtzeit wird demnächst zu Ende gehen, genauer gesagt Ende Juni. Veröffentlichen wir die letzte Folge und vorher an den ersten drei Sonntagen im Juni heißt es Deine E-Mail, meine Ermutigung. Und hier ist das, was dahinter steckt. Schick mir Deine Herausforderungen, Deine Situation, Deine Frage, für die Du gerade Ermutigung brauchst, per E-Mail an echtzeit.erf.de und aus allen Einsendungen wählen wir dann 1, 2, 3 Themen heraus, die wir im Juni in den Sendungen bearbeiten und wo ich versuche, Dir ein bisschen Ermutigung in Deine Situation ganz persönlich hineinzusprechen. Selbstverständlich werden wir alle Einsendungen anonym behandeln. Also, die ersten drei Sonntage im Juni wird es heißen, Deine E-Mail, meine Ermutigung und schick mir gerne schon jetzt Deine Situation, Deine Frage, die Situation, in der Du steckst, wo Du Ermutigung brauchst, an echtzeit.erf.de So, und jetzt zur heutigen Folge. Kennst Du den Film Der Ja-Sager mit Jim Carrey? Das ist ein Film, den ich schon viele Mal gesehen habe und immer wieder gerne anschaue. Er handelt von einem Menschen, der so ein bisschen pessimistisch ist, der das Leben eigentlich dem Leben misstraut, der alles ablehnt und der zu allem und jedem Nein sagt und der wird dann herausgefordert von so einem etwas seltsamen Guru in dem Film, sich einfach mal einzulassen auf das Leben, einzulassen auf Begegnungen, einzulassen auf Situationen und auf Neues. Und durch alle Turbulenzen, die dann in so einem Film eine Rolle spielen, landet er am Ende aber immer wieder auf seinen Füßen und stellt fest, das Leben, die Welt ist eigentlich viel positiver, als er das so gedacht hat. Vielleicht findest Du das so ein bisschen naiv, diese Einstellung, dass am Ende alles gut wird. Es gibt ja so Bücher, die heißen, gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin. Also müssen wir uns nicht irgendwie auch durchsetzen und die Ellenbogen ausfahren und mal, ja, nicht immer nur brav und bieder unterwegs sein, um in dieser Welt irgendwas zu werden und uns irgendwie durchzusetzen. Ist das nicht der Mindset unserer Gesellschaft, unserer Zeit, so ein bisschen wie im Wilden Westen, du musst halt sehen, wo du bleibst? Mag sein, aber ich glaube, auch im Wilden Westen war die Sehnsucht von vielen Menschen, die mit anderen friedlich zusammenleben wollten, dass Stabilität reinkommt. Dass es berechenbar wird, dass es Frieden gibt. Niemand wollte gerne zum Schaden anderer leben. Ich glaube tatsächlich, das Gute ist nicht nur gut, sondern es ist auch das Einzige, was langfristig funktioniert. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das finden wir in der Bibel, schon im Alten Testament. Das bringt die Bibel da zum Ausdruck. In einem kurzen Satz, so ein bisschen wie in den Memes, die heute so durch unsere sozialen Netzwerke geistern. Vielleicht kennst du das von Instagram oder von woanders her. So ein Sinnspruch, ein Satz, sehr plakativ, sehr verkürzt, aber irgendwie bringt er auf den Punkt, was die Essenz eines Themas ist, die Essenz einer Sache ist. Nicht sehr ausgefeilt, nicht sehr differenziert, aber eben ein Anstoß, eine Provokation, eine Erinnerung, so wie die Memes halt sind. Und in dieser Echtzeitfolge soll es um so ein Meme gehen, eine tiefe Wahrheit, die in der Bibel in einem Satz fokussiert wird. Und den lese ich dir jetzt vor. Wir finden ihn in Sprüche 13, Vers 2. Dort heißt es nach der Guten Nachricht Bibel, Gutes und Verbrecher, das wird hier in diesem Satz, in diesem Vers gar nicht weiter definiert, gar nicht weiter seziert. Wozu auch? Denn wer wollte gerade so gut genug sein? Oder wer wollte gerade noch kein Verbrecher sein? Die Bibel formuliert hier Pole, das Gute und die Verbrecher. Und die Frage bei solchen Polen, wenn das so plakativ wird, ist immer, nach welcher Seite lehnst du eigentlich? In welche Richtung soll dein Leben führen? Wohin möchtest du leben? Zum Guten oder zum Verbrechen? In welche Richtung willst du leben? Und ich glaube, ohne dich näher zu kennen, die Frage kannst du wirklich einfach und schnell und gut beantworten, oder? Damit fängt dieses Meme an. Ein Mensch, der Gutes sagt, lebt auch gut davon, aber Verbrecher kommen nicht aus ohne Gewalttätigkeit. Und wenn du das Gute willst, wenn du dich in deinem Leben in Richtung des Guten lehnen möchtest, dann sagt die Bibel, dann schau auf das, wie du redest. Denn Gute, ein Mensch, der das Gute will, der auch gut davon leben wird, der sagt Gutes. Gute Themen, der spricht über gute Themen. Der oder die spricht Gutes über seine Freunde, über ihre Nachbarn, die, die gerade nicht dabei sind. Vielleicht kennst du solche Gesprächssituationen im Büro, in der Kneipe, beim Kirchencafé und am Zaun zum Nachbargrundstück. Und ihr steht zusammen und ihr redet über Dritte, die gar nicht dabei sind. Wie oft sagst du Gutes über die, die abwesend sind? Und wie oft stimmst du ein in den Chor derer, die vielleicht motzen oder tratschen oder gar lästern über andere? Ein Mensch, der Gutes sagt, lebt auch gut davon. Das ist das Versprechen in diesem Meme, in diesem Satz aus Sprüche 13, Vers 2. Wer über andere Gutes redet, wird am Ende selbst auch etwas Gutes davon haben. Wer über andere Gutes sagt, der lebt auch gut davon. Also wenn du in Richtung gut leben willst und auch so redest, dann wirst du langfristig Gutes ernten. Das ist das Versprechen der Bibel hier. Und die Bibel formuliert auch den Gegenpol. Wenn du dich von der Richtung gut entfernst, also das, was sie hier Verbrecher nennt, dann führt dich dein Weg immer weiter zur dunklen Seite. Dann kommst du am Ende nicht aus ohne Gewalttätigkeit. Das ist ein krasser, ein krasses Bild, ein krasses Vergleich. Mir ist Star Wars eingefallen. Also wo wir heute schon bei Filmen sind, vielleicht kennst du Star Wars. Wer als Anakin Skywalker anfängt und mit dem bösen Liebäugel, der endet irgendwann eben als Darth Vader. Eigentlich eine ganz logische Sache. So und jetzt, jetzt liegt die Wahl bei dir und bei mir. Möchtest du in Richtung gut leben? Möchtest du so reden? Dann wirst du dafür Hilfe brauchen. Aber das Gute ist, Gott ist ja immer nur ein Gebet entfernt. Und dann lade ich dich ein, jetzt mit mir dafür zu beten, dass wir uns in diese Richtung lehnen, dass wir so reden und dass wir Gott vertrauen, dass da beim Ende auch etwas Gutes für alle bei rauskommt. Und wie immer bei Echtzeit kannst du so beten, indem du die Worte, die du mich sprechen hörst, innerlich zu deinem eigenen Gebet machst. Und wenn du das ernst meinst, dann wird Gott dich auch sicher ernst nehmen. Wir beten. Gott, du kennst mich. Du kennst meine Gedanken. Du weißt, eigentlich will ich das Gute. Es gelingt mir ja nicht, immer so zu leben und so zu handeln und so zu reden. Und deswegen bitte ich dich, hilf mir dabei. Hilf mir, in diese Richtung zu leben und hilf mir vor allem auch, in diese Richtung zu reden. Und wo das noch nicht passt, was ich sage, da korrigiere mich bitte. Ich will dir vertrauen, dass du es gut mit mir meinst und dass du mein Leben am Ende auch zum Guten wenden wirst. Amen. An welche Situation hast du gerade gedacht, als du das gebetet hast? Das gute Leben, das gute Reden, dich in Richtung des Guten lehnen. Wenn du magst, schreib mir gerne unten die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ich möchte dir das gerne mitgeben, nochmal so als Take-Away, als Fazit dieser Echtzeit-Folge. Dein Leben ist aufgespannt zwischen zwei Richtungen, zwischen zwei Polen, in die du leben und in die du reden kannst, das Gute und das Schlechte. Lebe in Richtung des Guten und rede auch so und du wirst Gutes ernten. Und Gottes Segen, der möge dich dabei begleiten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!